Thomas ist auch nervös, aber ich glaube, der kann das noch besser kompensieren. Ich bin auch immer bei einem am liebsten zuerst dran. Vor allem nicht als Erster, das hat natürlich auch einen Riesenvorteil. Wo ist denn das? Und den Kopf ist sehr gut. Was macht denn das? Alles klar, aber das macht es nicht so toll. Wenn der erste dem Ongebegriff ist, ist der gute Chance. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist gut. Ja, soweit ich es hinkriege. Das ist ja süß. Das ist okay. Das ist ja süß. Das ist ja süß. Ja, auch wenn wir nicht mehr. Ja. Sehr gut. Das ist ein bisschen zu Stress gegeben für uns. Ja. Das heißt, ob der Fremd aufsteht, oder was? Genau. Jetzt können Sie ja auch noch runter gehen. Ja. Bitte nicht der Entscheiden. Das ist ja zu Stress gegeben für uns. Ja. Das heißt, ob der Fremd aufsteht oder was? Genau. Jetzt können Sie ja auch noch runter gehen. Guck mal, der liegt super frühe. Ist auch nicht krass. Das habe ich von einfach eingewärmt. Das ist ja ein krass fressen. Das ist ja ein krass fressen. Nein, in der Wegen. Ja, bei mir auch. Und zwar nicht ein Stückchen. Das ist ja auch richtig. Richtig. Ja. Jetzt haben wir jetzt die Fremd aufstehen. Und dann sind die Fremd aufstehen. Das ist ja auch wieder drückt. Dann können wir jetzt das Wasser aufstehen. Und wir haben es, die Fremd aufstehen. Es gibt also die Fremd am Monatけれ. Ja, ja. Also, im Land ist mit einem Plan nicht mehr zu schützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben sechs Akkus geladen, alle, alle. Keine Ahnung, ob das die Kälte war oder heute Nacht. Aber egal, wo du stehst, irgendwas ist immer davor. Ein Mensch, eine Fahnenstange oder irgendwas ist immer. Hier machen sie immer, ja. Das ist halt so. Birgit schreibt das ja auch auf, ne? 9,5. Wir haben uns gesagt ja schon, dass der sehr streng ist. Ja. 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 Gibt der schon zur Seite was? Sehr schön, sehr cool. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Nacho, Nacho? Nacho. Nacho, gut. Um die Gruppe herumgehen war 9,5. Da könnte der Hund etwas konzentrierter sein. Teilweise die Leine gespannt. Die Übung Stehen und Betasten war in Ordnung. Das gleiche gilt für Zähne zeigen. Beide sind 10. In der Ablage, sollte ich sagen, etwas ruhiger sein. Ich bin nervös geworden. Es waren 9. Die Leiternführigkeit war sehr schön. Nun drückte etwas bei einer Rechtskehrswendung. Ein kurzer Mal hat er sich interessiert für Prüfungsleiter und Richter. 9,5. Freifolge war auch 9,5. Sollte etwas spurgerader gehen für die 10. Mir hat es gut gefallen, aber das ist so. Sitz aus der Bewegung, der Anmarsch war in Ordnung. Auf der Sitz war 10. Kommen auf Befehl. Könnte die Runde schneller ausführen. Für die Rasse war 8,5. Zurücksenden zum Platz. Ebenfalls eine Spur schneller. War flotter, wie sie hereinkommen. Aber kein Sichtzeichen bitte beim Ablegen geben. War 9. Apportieren auf Ebene Erde. Könnte schneller hereinkommen. War 9. Umgang, wenn es in Ordnung ist. Gesamtpunkte, dann weiß ich nicht. Könnte sich herausgehen. Ja, danke.